Hallo und herzlich willkommen. Eine kurze Info, das was ich in dem Paar erzähle, das ist so 4-5 Tage verspätet, also ich rede da über, jetzt kommen wieder Videos und so, das habe ich vor einer Woche knapp aufgenommen, weil ich da eigentlich vorhatte. Nur so zur Info, es ist nicht alles ganz richtig, was ich da sage, aber viel Spaß und dann, nö, es geht jetzt weiter, tschüss. Aber ich denke mal, das sollte dennoch im Bereich des Möglichen sein, dass wir das einfach und zufriedenstellend schaffen. So, es ist jetzt, wie fange ich jetzt an? Es ist relativ, war das jetzt richtig oder war ich jetzt zu schnell? Okay, ne, scheint richtig zu sein. Ich bin jetzt gerade am Aufnehmen und nach langer Zeit mal wieder so eine Aufnahme, wo ich mir denke, so ab heute, also diese Aufnahme, die Videos werden auch dann jetzt relativ zeitnah kommen und das ist eine Aufnahme für Aktualität auf meinem Kanal, so um den Dreh, irgendwie. Ja, weil ich jetzt wieder vorhabe, ne, meinen Kanal sehr aktiv zu führen, das ist, wie gesagt, nicht immer so einfach, ne, weil man halt auch ein echtes Leben hat, aber ähm, da, ja, die größten Stolpersteine habe ich jetzt, ähm, aus dem Weg, aus dem Weg geräumt, kann man so sagen, ja, schon. Ich hab, ähm, ich hab ja schon mal, wie gesagt, vor einiger Zeit so eine Korn ins Welt gemacht, wo ich gesagt habe, ey, ich bin wieder back in Business. Was auch stimmt, ja, das war keine falsche Information, allerdings hat sich das noch etwas anders gestaltet und zwar einfach so, dass ich, ähm, ich habe, ähm, ja, zwei, zweieinhalb Tage damit verbracht, ähm, mein Zimmer aufzuräumen und die Zeit, die ich dann halt für YouTube hätte benutzen können, sollen, müssen oder so, die hab ich dann halt einfach dahingehend investiert, dass ich mein Zimmer aufgeräumt habe und deswegen war es dann halt da auch wieder schwierig mit Videos produzieren, beziehungsweise ich hab den Fokus halt darauf gelegt, dass ich mein Zimmer aufräumen will und, ähm, deswegen ist der Fokus von YouTube weggerückt. So ist es halt einfach so und, ähm, ja, ich hab mir angewöhnt, äh, auch wieder, ich hab mir angewöhnt wieder früher, hier ist, glaub ich, auch irgendwo ein, ich glaube, hier ist, ne, mach, keine Ahnung, da ist, glaub ich, irgendwo ein extra Leben, aber ist jetzt auch egal. Ähm, ja, ich hab einfach den Fokus darauf gelegt, aufzuräumen und, ähm, ja, aber jetzt bin ich halt, jetzt, ne, fängt die Uni wieder an und, ähm, ich hab zwar relativ viel, wenn mich das nicht täuscht, ähm, dieses Semester, ähm, ich muss mal gucken, wie das funktioniert, aber ich denke schon, dass ich das alles unter einen Hut kriege und dann packen wir das und, ja, schauen einfach mal, ähm, wie es dann so weitergeht in Zukunft, ja, ich bin momentan in so einer Phase, also, wie gesagt, es war mir halt auch extrem wichtig mit meinem Zimmer und deswegen, und es sieht hier immer noch dreckig aus und, ähm, unordentlich, wenn man hier das, also jetzt sowieso, weil ich hatte gestern Besuch und, ähm, ich, ne, deswegen, wir haben gegrillt gestern und, äh, hier was getrunken, deswegen ist sowieso gerade unordentlich, weil hier noch alles rumsteht, was ich halt auch wieder aufräumen muss, aber, ähm, ne, ähm, auch so wär's noch, würde es noch unordentlich aussehen und die meisten nur sagen, ey, was ist denn hier los, räum doch mal auf, aber, wie gesagt, es ist halt auch einfach, ne, also, für mich wichtig und, wie gesagt, ich hab da sehr viel aufgeräumt, hier war sehr, sehr viel Dreck in dem Zimmer und, es war mir einfach ein richtiges Dorn im Auge und, ja, ich bin momentan in einer Phase, in der ich sehr zufrieden bin und, also, ich fühle mich momentan, gerade eben jetzt, just in diesem Moment, wo ich hier aufnehme, fühle ich mich ziemlich, ziemlich gut. Ja, das war super Mario World, wenn mich nicht alles täuscht. Hm, ich fühle mich momentan sehr, sehr gut und, ähm, was war das denn bitte für ein Fail? Also, ah, ja, ich hab schon länger nicht mehr gespielt, das, äh, sollen vielleicht auch dazu sagen, ey, das ist ja eine Röhre. Ist die schon immer da? Ist da eine Sternmünze drin? Ich glaub, es hat, doch, da ist eine Sternmünze, dann kenn ich die Röhre. Krass. Ich wusste nicht, dass ich die kenne. Äh, okay, ähm, ja, dann ist ja gut, dass wir nochmal gestorben sind, damit wir halt jetzt die erste Sternmünze haben. Ja, ich bin momentan in einer Situation, wie gesagt, äh, wo ich, ähm, sehr, sehr mit mir zufrieden bin, gerade, irgendwie. Und, ja, das hatte ich schon ziemlich lange nicht mehr. Irgendwie so dieses Gefühl und, das ist echt schön und macht mich gerade ein bisschen glücklich. Und, ähm, zufrieden. Und, da hat ein ganz großes Teil mein Praktikum dran, was ich, wie gesagt, ähm, wo ich jetzt gar nicht so sehr drüber geredet habe, wie es vielleicht eigentlich geplant war. Oder vielleicht haben auch manche hier gedacht, ja, ne, da kriegt man ja viel Off-Topic-Gerede und so. Ähm, ich muss zum einen sagen, ich habe halt auf der einen Seite, ähm, ja, was habe ich noch auf der einen Seite? Ich habe auf der einen Seite ja wenig, ähm, aufgenommen in der Zeit, als ich im Praktikum war. Und immer, wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, dass es mir schwerfällt, das, was ich so, also, dass es mir einfach schwerfällt, dass ich das, was ich so meine, denke und fühle, auch richtig in Worte fassen kann. Also, es ist mir einfach schwerfällt, dass ich das gemerkt habe. Und, ähm, das kann ich wahrscheinlich auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Es ist einfach ein extrem wichtiger Punkt gewesen für mich, das Praktikum. Und, ähm, das ist krass. Ähm, ist einfach ein, ja, war einfach extrem wichtig für mich und, ähm, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist wirklich einfach, und seitdem läuft es einfach alles auch ein bisschen besser und, ähm, ich bin zufriedener und ausgeglichener, glaube ich. Und, wie gesagt, es gab noch viele, oder ich habe auch noch viele Baustellen. Ja, ich habe noch viele Baustellen, die ich abarbeiten muss und ich hatte viele Baustellen und, aber, ja, einfach dieses, äh, einfach dieses, ähm, ja, einfach dieser Punkt, keine Ahnung. Ähm, ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es, äh, dass ich jetzt wirklich, ähm, angreifen und erreichen kann. Alles, was ich will. Ich habe so dieses Gefühl, dass es funktioniert. Keine Ahnung, das hört sich wahrscheinlich voll creepy an und, aber es ist einfach, ich habe auch immer das Gefühl, dass es funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben in die richtige Bahn läuft und es ist einfach, ich habe, ich bin ein Mensch, der, glaube ich, echt extrem zukunftsängstlich ist, einfach weil, ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Und ich kann es auch nicht, ehrlich, ich kann es schon beeinflussen, aber dafür braucht man viel Geduld und ich bin so unfassbar, ähm, ich bin so unfassbar ohne Geduld und, ähm, ich bin ein so ungeduldiger Mensch, wirklich. Das ist richtig, richtig, richtig schlimm, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch auch nicht vorstellen, ich bin einfach ein extrem ungeduldiger Mensch und, wenn ihr wüsstet, wie ungeduldig ich bin, dann würdet ihr denken, Alter, sei mal nicht so ungeduldig und. Ja, ich habe die erste Sterne und letztlich, weil ich, äh, klein war. Okay, gibt es auch keine Sterne und so, aber hier gibt es irgendwo ein Extraleben. Ey, da ist ein... Ja, super, habe ich gerne bekommen, aber, äh, irgendwie habe ich gar keine Sterne und so, aber ich glaube, die zweite kommt noch, aber die erste müsste ich mir verpasst haben. Ähm, ja, keine Ahnung, es ist einfach, äh, Das Praktikum, ja, ich will noch mal ein paar Worte an das Praktikum richten, einfach, ähm, ich werde auch in den nächsten Paaren wahrscheinlich noch ein, zwei Praktikumsgeschichten auspacken. Ich, äh, werde versuchen, ja, das Problem ist halt, dass ich das Gefühl habe, nicht wirklich gut das berichten zu können, weil, weiß ich nicht, weil, ja, vieles muss man vielleicht auch einfach dann selbst erleben und so, bla bla bla. Ich kenne das ja, aber, ja, ich probiere es einfach mal und, ähm, Wie gesagt, äh, es ist einfach, äh, ja, scheiße, wir müssen sowieso noch mal in das Level rein. Ba da ba ba ba, da, ähm, 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 ja, äh, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen was erzählen über das Praktikum, aber, wie gesagt, ob das dann wirklich, ja, ob man sich das gut anhören kann, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, aber, was ich sonst halt noch über das Praktikum sagen will, ist einfach, dass ich, dass es einfach so schön für mich war, die Zeit und, wenn ich mir vorstelle, dass halt, ja, irgendwann mal dort hinzukommen, dann kann ich, glaube ich, ein sehr gutes und glückliches Leben führen. Und das ist einfach, äh, neben all der Zukunftsangst, die ich halt immer so habe, wisst ihr, ich hab, bin so ein Mensch, also bei mir war immer alles so, ich hab immer Angst vor der Zukunft und Angst, dass alles nicht funktioniert und so. Und, ja, dieses Gefühl, dass ich irgendwann vielleicht da als Lehrer fungieren konnte bei den Kindern, das, äh, ist einfach dann halt ein Fakt, der mich, ähm, wo ich halt keine Angst haben muss, weil ich jetzt weiß, dass das auf jeden Fall das Richtige ist, was ich will und, ähm, das heißt, ich muss auf jeden Fall, ja, es gibt trotzdem Punkte, wo ich zukunftsängstlich bin, aber, das ist halt ein großer, wo ich, äh, sagen kann, okay, und jetzt, äh, ist es so und es ist gut so. Ähm, weiß nicht, ob das verständlich ist, wie genau ich das meine, aber, ja, einfach, ähm, super irgendwie. Und, jetzt sind wir wieder hier und ich weiß nicht so genau, hier gibt's auch keine, da ist ein Exkla-Leben, ja, hier gibt's aber doch keine Sternen-Münze, hm, keine Ahnung, und, ja, das ist einfach echt extrem krass, dass, äh, ach, das war, ich hab die zweite Sternen-Münze, ich hab die erste auch schon wieder verpasst, ja, es tut mir echt leid, aber, äh, gönnt mir dann vielleicht einfach mal hier die Zeit, wo ich nochmal ins Spiel finde, ja, und dann geht's im nächsten Part bestimmt auch wieder besser weiter, ähm, ja, ich weiß auch nicht, das Praktikum, ja, das Praktikum, es war einfach echt, äh, es ist einfach, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wisst ihr, das Ding ist nämlich das, genau, und da kommt heute eigentlich hinaus, ähm, ich, äh, das ist einfach so, ich hab zum Beispiel heute wieder so Wise Kids geguckt, ne, also einfach nachgeguckt, weil ich heute Morgen im Bett lag, ne, ich war feiern, hatte eingefunken, und dann lag ich halt im Bett, und dachte mir, oh, schön hier zu liegen, und hab mir dann halt irgendwas äh, angeguckt, äh, und, ja, das war halt so das, ne, hab ich mir halt angeguckt, und, ähm, ich find's einfach, es ergreift mich einfach immer so, wenn, also das hat jetzt nichts mit, ne, das ist Kids sind, oder so, sondern einfach, das ist halt auch so, wenn ich mir Sportveranstaltungen angucke, dann, wenn ich emotional werde, ja, dann, äh, werde ich das immer, wenn die Leute etwas erreichen, wisst ihr, wenn die Leute, wenn jetzt beim Sport einer einen unfassbaren Sieg hinlegt, dann könnte ich, dann könnte ich heulen, oder so, ja, wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür ist halt immer, äh, vor, ähm, vor, ich glaub 2008, oder 2009 oder so, war die Europameisterschaft, oder Weltmeisterschaft in Berlin, und dann, ähm, eine Siebenkämpferin, die ist erst gestürzt, und, also die, war nach sechs Disziplinen auf Bronzekurs, dann ist die gestürzt, im, die letzte Disziplin war, ähm, die letzte Disziplin war, ein 800 Meter Lauf, und die ist gestürzt, und, ähm, hat es trotzdem noch geschafft, weil sie einfach eine unfassbare Leistung abgerufen hat, dann noch, und, das sind so Momente, wenn Menschen Erfolg haben, und so, dieses, und ihnen wird zugejubelt, und sie kriegen so, Anerkennung, und Bestätigung, und Zustimmung, und, und, und all diese positiven Sachen entgegen, dann, kann ich mich da so unfassbar für freuen, weil, ich mir mal denke, so, das ist eigentlich das, wahrscheinlich das Schönste, was dir passieren kann, ich mein, ein Musiker, der auf der Bühne steht, und dann die Leute, einfach nur mitmachen, und ihn feiern, das muss, das muss ein ziemlich geiles Gefühl sein, einfach, und, ähm, ja, einfach nur, auch dieser stumpfe Fakt, des Zujubelns, ist einfach eine Sache, der mit Sicherheit, ähm, auch viel Kraft verleiht, und so, und, ähm, ne, und im Grunde wollen wir das auf YouTube natürlich auch, also, ne, machen wir uns mal nichts vor, jeder, der YouTube Videos macht, der freut sich, wenn er sieht, dass die Leute ihn feiern, dass die Leute ihn mögen, und das, was er macht, dass sie das cool finden, ja, das ist ja, ne, man ist irgend so ein Pimpf, der zu Hause sitzt, und irgendwas macht, und da sind Leute, die finde ich cool, das ist einfach, ja, trotz allem, Abstand, und so, trotzdem denke ich, auch für jeden, so, einfach so ein Fakt, wo man sich denkt, Alter, das ist so krass, warum, und, ähm, es ist natürlich schön, wenn man diese Zustimmung bekommt, erfährt, und, ja, aber das Problem ist halt, dafür muss man auch irgendwas können, ne, und, ja, ich habe schon wieder die erste Sterbeninze verpasst, was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Jetzt weiß ich wieder nicht so genau, wie ich auf den Punkt komme, auf den ich kommen wollte, weil, es geht nämlich gar nicht so sehr um dieses, ja, und, keine Ahnung, das war immer so eine Sache, die mir auch in meinem Leben extrem, was heißt extrem, aber, die mich auch immer wieder so ein bisschen, ja, traurig gestimmt hat, dass ich einfach nichts habe, wofür es sich lohnt, äh, aufzustehen und zu applaudieren, das klingt jetzt erstmal ein bisschen doof, ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen doof, aber, aber, ähm, das ist halt einfach so, ja, weißt du, wenn man halt einfach so da sitzt, und man denkt, und man hat einfach kein Talent, das ist einfach, äh, ja, das ist schon einfach so eine Sache, da denkst du dir auch so, ja, toll, warum kann ich nichts, und das ist natürlich dann nichts, was, äh, die großartig Spaß macht, ich denke mal, das ist verständlich, wo sind die ersten Sternenmünze, bin ich so dumm, oder tue ich mir so, äh, ich bin so dumm, es tut mir leid, ich bin schon wieder bei der Mittelfahne, und hab die ersten Sternenmünze noch nicht, ähm, ja, ne, und dann denkst du dir halt auch so, ja, ach, die ist hier, und ich töte mich, ja, das war dann natürlich richtig dumm, ja, und dann denkst du dir halt auch so, ja, ne, warum hab ich nichts, was ich richtig kann, und so, und, ähm, das macht dich dann vielleicht auch so ein bisschen, na, ist halt nicht so cool, ne, wenn du das Gefühl hast, dass du nichts kannst, und, ähm, ja, und jetzt im Praktikum, keine Ahnung, dieses Praktikum hat mir einfach so, viele, ich, keine Ahnung, sagt einfach, das ist ein Puzzle, weißt du, so mein Leben ist ein Puzzle, und mir haben einfach echt viele Puzzleteile gefehlt, so, um zu erkennen, äh, ja, um einfach auch gestärkt so durchs Leben zu gehen, irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, macht das Sinn, ich weiß es nicht, aber mir haben einfach Puzzleteile gefehlt, das hört sich voll schräg an, das tut mir leid, aber ich probiere gerade, das irgendwie auch für mich, äh, zu fassen, ja, auf jeden Fall haben mir halt einfach Puzzleteile gefehlt, so, und, ähm, ja, und, ähm, dieses Praktikum hat mir die irgendwie gegeben, weil, wenn ich, wisst ihr, dieser Job als Grundschullehrer, und diese Zeit bei den Kindern in der Grundschule, ähm, nein, nein, scheiße, Mann, wie kann man nur so dumm sein, ähm, da geht's gar nicht darum, dass ich derjenige bin, dem dann zugejubelt wird, wenn ich Lehrer bin oder so, weil das ist ja gar nicht, also, das sollte jetzt nicht unbedingt der Sinn und Zweck eines Lehrers sein, dass ihm zugejubelt wird, ne, klar, wenn du dann Anerkennung bekommst von Eltern, von anderen Lehrern, ne, die dir sagen, dass du einen guten Job machst und so, das ist ja bei jedem Job auch so, ne, wenn du gesagt bekommst, dass du einen guten Job machst, dann bist du natürlich froh und freust dich, ähm, aber das ist ja, wie gesagt, das schaffst du ja, kannst du ja in jedem Job haben, aber, einfach, ähm, die Möglichkeit zu haben, für die Kinder derjenige zu sein, der sie, der den Kindern zujubelt und den Kindern zeigt, ey, ey, du bist jemand und, und denen einfach zeigt, ey, das, was du machst, das machst du richtig gut und, und mit dem mitzufiebern und dann schreiben die eine Probe und du denkst dir so, ach, Mann, ey, du schreibst immer eine 4, ne, äh, also, das sagst du natürlich dem Kind nicht, aber du denkst dir so, oh, der schreibt immer 4er und, ähm, und dann schreibt er auf einmal eine 3, oder nur 2 und du denkst dir so, ey, boah, und dann kannst du dich einfach so, unfassbar für dieses, für dieses Kind auch freuen und, ne, und es ist, ach, was mach ich denn? ich bin heute ein bisschen fitterig am, am Joypad, das tut mir leid, man kann sich einfach so, unfassbar für dieses Kind freuen und, und, ähm, wie gesagt, man ist dann, ja, es geht da halt nicht um, um, ne, um irgendwelche Riesenerfolge oder so, sondern einfach nur um stumpfes, man bringt den Kindern Rechnung, Lesen, Schreiben bei, und, ähm, irgendwie vielleicht eine kleine kritische Haltung dem Leben gegenüber und, äh, ne, ein bisschen reflektieren und so, aber, es ist einfach so schön, den Kindern zuzugucken, wie sie verstehen, wie sie Erkenntnisse machen, wie sie, wie sie sich, ähm, weiterentwickeln und, wie aus ihnen einfach tolle Menschen werden und einfach so der Teil, ein Teil davon sein zu dürfen, also es ist ein so riesengroßes Geschenk, das, weißt du, ähm, da braucht mir, ich, ich hab, also ich brauch das nicht mehr, also dieses Ding so, ne, das mir zugeübelt werden soll, das ist mit diesem Praktikum irgendwie so hinfällig geworden für mich, weil, weil wenn ich später irgendwie glückliche, Kinder, ähm, in der Schule habe und die Spaß daran haben, dass sie bei mir in der Schule sind und ich kann denen schöne vier Jahre in der Grundschule bereiten und so, weißt du, dann, dann gibt es nichts mehr, wofür man, wofür ich Jubel brauche, weil einfach, äh, diese, ja, einfach, ähm, das Lachen der Kinder, das hört sich jetzt halt ein bisschen schwul an, aber, das ist einfach so viel Gold wert, das ist einfach der Wahnsinn und, wie gesagt, ich war jetzt vier Wochen in der Grundschule, aber, ey, wie gesagt, ich war auch in einer schwierigen Phase, ne, ich war so ein bisschen, ich hatte Angst, dass ich, das ist dann halt wieder so, weißt du, diese Zukunftsangst, ich hatte Angst, dass es doch nicht das Richtige für mich ist, ich hatte, weil mir die Uni einfach echt sehr schwer fällt, ja, und, ähm, ich auch heute nicht weiß, ob ich die Uni schaffe, aber ich hatte natürlich, weil die Uni mir so schwer gefallen ist, hatte ich auch wieder Zweifel, ist es überhaupt das Richtige und so, und, ähm, die Zeit in der Grundschule, naja, die hat mir einfach gezeigt, das ist das Richtige, und, ähm, ja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch echt, ist die Zeit jetzt wahrscheinlich auch echt so eine kleine Besondere für mich, weil sie halt einfach, ähm, ja, sie kam zur genau richtigen Zeit und hat mir das allerbeste gelehrt, was ich sie mir lernen konnte, und, ja, wisst ihr, und, ähm, es hat mir einfach so viele Puzzleteile in das unfertige Puzzle gegeben, und das ist einfach der Wahnsinn, und ich werde diese Klasse, da sie meine erste, ne, erstes Praktikum, also erstes richtiges Praktikum, meine erste Stunde, die ich gehalten habe, und wo ich gemerkt habe, ja, ich werde diese Klasse nie, nie wieder vergessen, und die Kinder, und, ähm, ich bin ihnen so dankbar dafür, und das wissen sie gar nicht, aber das brauchen sie auch nicht wissen, weil, es einfach reicht, dass es so ist, und genau da sind wir auch wieder bei dem Zujubeln und so, ich brauche nicht zu wissen, also ich brauche es nicht mehr, dass mir Menschen unbedingt zujubeln müssen, oder, ich muss mir nicht denken, ey, du kannst nichts, niemand jubelt dir zu, weil du nichts kannst, du bist so nichts nutzt und so, weil, es mir nicht wichtig ist, dass mir Leute zujubeln, sondern es ist mir einfach nur wichtig, dass ich, äh, ja, dieses Positive, und, diesen ganzen Kindern, eine gute Zeit machen und so, das ist einfach viel, viel schöner, ja, gut, ich hör jetzt mal auf, und, ähm, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas Sinnvolles erzählt habe, beziehungsweise, ob das Sinn gemacht hat, was ich erzählt habe, es war ein bisschen wie in meinem Kopf, das irgendwie in Worte zu fassen, was ich so fühle gerade, aber, mir geht es sehr gut momentan, ich bin sehr glücklich, und, ähm, ich habe richtig viel Lust, ich hoffe, ihr habt auch Bock, ich hoffe, ihr erfreut euch, erfreut euch an meinem Kanal, ähm, ich würde mich über eine Bewertung freuen, erzählt euren Freunden, äh, von mir, und, wie es dir immer sagt, ja immer, ähm, kleine YouTuber haben keine Chancen mehr, und so, man kann nicht mehr groß werden, äh, aus eigener Kraft, im Grunde seid ihr, diejenigen, die in der Lage sind, und aus jedem Kanal einen großen zu machen, ähm, deswegen, ihr seid halt die Leute, die dafür wichtig sind, und, wenn ihr das macht, werde ich euch hier zujubeln, und, mir braucht kein Mensch der Welt zujubeln, ich freue mich einfach, wenn ihr, Spaß an meinen Videos habt, und, wie gesagt, ne, das bedeutet natürlich nicht, dass ich, mich nicht über Daumen hoch freue, nur weil ich jetzt gesagt habe, dass man mir nicht zujubeln, also, dass es mir nicht wichtig ist, ich könnte mir vorstellen, dass böse Menschen jetzt wieder sagen, ey Korne, äh, wenn die keiner zujubeln soll, und so, warum willst du eigentlich dann, warum fragst du nach einer Bewertung, das widerspricht sich voll, ja, wenn ich Auto fahre, dann will ich auch Sprit haben, auch wenn ich sage, dass ich, kein Sprit brauche, das macht keinen Sinn, war ein doofer Vergleich, keine Ahnung, tschüss, ne, böse Menschen, es ist ja trotzdem noch mein Kanal, und, ich mache diesen Kanal, weil er natürlich, vorwärts gehen soll, ja, und es liegt in der Natur der Sache, dass dieser Kanal wachsen soll, und deswegen hat das nichts mit zujubeln zu tun, sondern einfach damit, dass ich hier etwas mache, und das ist, ja, wenn ich, wenn ein Schreiner, ein Tisch schreinert, dann möchte er auch, dass ein Tisch am Ende rauskommt, das macht irgendwie Sinn, oder, naja, böse Menschen gibt es überall, Tschüss, und bis dann, und ihr seid die Besten, danke.